Hallo Fußballfreunde und herzlich willkommen hier auf Kick-Off zu Alle gegen Thiele. In der zweiten Bundesliga steht der 26. Spieltag auf dem Programm. Grunde hat er wieder für uns darauf zu gucken, welche Spiele ich wie und warum tippe. Und somit gibt es heute meine Prognose für folgende neun Partien. Am Freitagabend haben wir Darmstadt gegen Sandhausen sowie Rostock gegen Kiel. Dann die Samstagmittag-Konferenz, Böschenos Paderborn gegen Düsseldorf, Dresden gegen St. Pauli sowie den HSV gegen Aue. Das Top-Spiel der Woche Heidenheim gegen Bremen und dann noch am Sonntag Karlsruhe gegen Regensburg, Hannover gegen Nürnberg sowie Ingolstadt gegen Schalke. Das sind also die neuen Spiele und jetzt gibt es meine neun Tipps. Und wie gewohnt legen wir los am Freitagabend chronologisch mit Darmstadt gegen Sandhausen. Und das ist ja das Duell des Tabellenzweiten gegen Tabellen 14, sprich tabellarisch gesehen eine klare Sache. Aber es ist auch das Duell zweier wirklich sehr formstarker Teams. Vor allen Dingen Sandhausen ist unglaublich formstarkspiel, eine tolle Rückrunde bis hierhin. Deswegen auch vollkommen zurecht auf der Weltplatz 14 hochgeklettert. Trotzdem auch gerade mal drei Punkte vor schon auf Tabellenplatz 16. Sprich auch da ist man weiterhin gefordert. Darmstadt hat sich letzte Woche schwer getan. Gegen Heidenheim lagen sie zurück und am Ende doch noch furios mit 3 zu 2 Gewinnen. Es war ein wahnsinns Fußballspiel, eine wahnsinnige Spannung war mit dabei. Deswegen aktuell Tabellenzweiter. Ein Punkt hinter Bremen, Punkt gleich mit St. Pauli und eben auch schon fünf bzw. sechs Punkte vor Nürnberg, Hamburg und Schalke. Sprich ein kleiner Vorschwung ist zumindest da. Es sieht ganz gut aus mit dem Aufstieg in die Fußball-Bundesliga. Und ich glaube auch nach dem Spieltag wird es gut aus und es wird ein sehr, sehr enges, torreiches Spiel. Und Darmstadt gewinnt erneut mit 3 zu 2. Rostock gegen Kiel. Das Duell im Hohen Norden findet zwei Teams, die aktuell irgendwo sind zwischen Tabellen Mittelfeld, natürlich aber auch Abstiegskampf, aber eben auch gerade mal drei Punkte Differenz. Also Kiel Tabellen 15er, vollkommen mit dem Abstiegskampf. Rostock Tabellen 15er, Holstein Kieling gegen auch der Männplatz 11 mit 31 Punkten. Gefühlt im sicheren Mittelfeld, aber halt auch nur gefühlt. Denn sollte Rostock gewinnen, dann ist auch Kiel wieder mal wieder vollkommen mit im Abstiegskampf. Denn bei den Störchen läuft zuletzt nicht ganz so gut. Diese richtig gute Phase und der Rapp ist ein bisschen vorbei. Auch letzte Woche gab es wieder eine Pleite. Diesmal gegen Paderborn mit dem 3 zu 4. Ein Wahnsinns-Freitagabendspiel war das ja. Und da musste man sich danach schon ordentlich schütteln, weil das schon irgendwie extrem bitter war. Und bei Hansa Rostock hingegen gab es ja auch einen furiosen Sieg. Auch ein 4 zu 3, aber eben für sich selber auf Schalke. Man führte viermal, dreimal hat Simon Therode ausgeglichen. Am Ende konnte man gewinnen. Und ich denke mal, das war auch in Summe vollkommen verdient, dass man da drei Punkte mitgenommen hat. Und das war ein ganz wichtiger Punkt im Abstiegskampf. Deswegen aktuell hat man zumindest mal zwei Punkte vor schon auf den Nürnberg von Dresden. Generell ist da beim Bad Sitz, damit Auer auch schon etwas weiter weg. Sprich, zumindest einen direkten Abstiegsplatz hat man so ein bisschen von der Seite wegschieben können. Nun fängt man also Holstein-Klund. Ich glaube, Rostock wird den Schwung mitnehmen. Und Rostock wird das Spiel gewinnen. Auch hier knapp mit 2 zu 1. Blicken wir nun auf den Samstagmittag und auf Paderborn gegen Düsseldorf. Ähnliche Voraussetzungen, finde ich, wie bei Kiel und Rostock. Der eine im Mittelfeld der Tabelle, da aber auch eher der Blick nach oben. Der andere im Abstiegshampf mit dabei. Und somit auch da trotzdem auch ein Engelsduell. Der ist mit Paderborn angerissen, gerade schon letzte Woche gewinnen können. Gegen Holstein-Klund mit 4 zu 3. Das war mal wieder ein wichtiger Sieg, nachdem man ja gegen Auer zuvor Punkte hat liegen lassen. Aktuell Tabellen 8 da mit 36 Punkten. Ich denke mal, Aufstiegskampf ist halt auch schon 11 Punkte weg. Das ist schon sehr, sehr viel für 9 Spiele. Aber man spielt eine gute, solide Saison. Hat den Blick eher Richtung Platz 7 als in Richtung Platz 12 oder sowas gerichtet. Was auch vollkommen logisch ist. Und bei Düsseldorf geht es natürlich ein Gegend darin, den Abstiegskampf endgültig im besten Falle zu beenden. Letzte Woche der 3-0-Erfolg gegen Ingolstadt war wichtig. War vollkommen verdient. War ein gutes Spiel. Aktuell Tabellen 13. Aber auch da halt Platz 16 nur 4 Punkte weg. Es ist halt noch nicht wirklich ein großer Abstand da. Das kann immer noch gefährlich werden. Am Ende gibt es zwischen den beiden ein ausreichendes Spiel und somit auch ein Remis 1 zu 1. Dresden gegen St. Pauli. Das nächste Duell, Abstiegskampf gegen Aufstiegskampf. Und auch da glaube ich, wie bei Darmstadt 19.000, dass es wirklich eng werden wird. Dynamo Dresden mit Capretti als neuen Trainer. Letzte Woche in Bremen kein schlechtes Spiel gemacht. Auch rein chancenmäßig. War deutlich mehr drin als diese 1 zu 2 Pleite. Aber schon in Summe verdient verloren. Ich denke mal, das kann man schon so sagen. Und daraus hat er natürlich seine Lehren gezogen. Und nun geht es zu Hause gegen St. Pauli. Und ich glaube, da ist tatsächlich alles möglich. Die Hamburger letzte Woche gewinnen können gegen formstarke Karlsruhe mit 3 zu 1. Vor allem eine richtig starke erste Hälfte gespielt, wo ich wirklich überrascht war, dass das so deutlich wurde. Deswegen aktuell Tabellen dritter Punkt gleich mit Darmstadt. Sprich auch da eine ganz ähnliche Ausgangssituation. Ich glaube trotzdem, dass hier Dresden St. Pauli ärgern kann. Und auch ärgern wird. Denn am Ende gibt es auch hier ein 1 zu 1 Unentschieden. Und nun blicken wir zum HSV. Also wieder Hamburg, diesmal in blau und weiß gegen Erzgebege Aue. Und der HSV muss sich gerade wieder so ein bisschen schütteln. Im Pokal ist man weitergekommen. In der Liga darf die letzten 2-3 Spiele schon wirklich Punkte liegen lassen. In Sandhausen gab es das Remis. Es gab die Pleite im Derby gegen Werder Bremen. Letzte Woche die Pleite in Nürnberg. Das ist schon alles gerade so ein bisschen wackelig auf dem Bein, wo man draufsteht. Und deswegen hat man Stand jetzt auch 6 Punkte Rückstand. Genauso wie Schalke auf Tabellenplatz 2 und Tabellenplatz 3. Trotzdem bin ich der Meinung, dass man 6 Punkte auf jeden Fall noch aufholen kann. Aber dafür braucht es eben auch gute Leistungen. Das geht gegen Erzgebege Aue und die haben letzte Woche wieder so ein bisschen Hoffnung zusammenschütten können. Und haben jetzt Bock auf Abstiegskampf. Letzte Woche gab es ein 1-0 gegen Regensburg. Das war durchaus überraschend. Das war aber vollkommen in Ordnung. Das ging so schon auch vollkommen richtig so aus. Und deswegen ist man zwar immer noch Tabellen 17. Aber hat halt 7 Punkte Rückstand auf Dresden. Ja, die Frage ist halt, wie nah kann Aue nochmal rankommen? Weil ich glaube einfach, dass die Teams über Aue, Dresden, Rostock, Sandhausen, Düsseldorf einfach zu formstark sind oder zu formstark werden. Dass Aue selber nochmal wirklich rankommen kann. Ich glaube schon, dass Aue gute Punkte sammeln wird in den nächsten Spielen. Aber es nicht mehr erreichen wird bedingt durch die Konkurrenz, die eben auch Punkte sammeln wird. Das ist halt ein großer Vergleich zur Bundesliga. Da hast du zum Beispiel mit Hertha, mit Gladbach Teams, die gefühlt gar keine Punkte sammeln. Das gibt es in den Liga 2 aktuell so gar nicht. Düsseldorf gut drauf, Sandhausen ist gut drauf, Rostock letzte Woche wieder drei Punkte geholt. Und bei Dynamo Dresden gab es einen Trainerwechsel, der vielleicht auch dafür sorgen wird. Deswegen, lange Rede, kurzer Sinn, glaube ich auch hier, dass Hamburg da relativ kurz einen Prozess machen wird. Und der HSV wird gewinnen mit 3 zu 1 gegen Erzgebege Aue. Und nun kommen wir zum Topspiel der Woche. Heidenheim gegen Werder Bremen. Gerade schon kurz mal gesagt, Heidenheim hat in der letzten Woche verloren gegen Darmstadt in einem Wahnsinns-Fußballspiel gefühlt. War man mit dem 2-0 schon durch. Am Ende hat man 3 zu 2 verloren. Also das ist zweite Liga. Vor allem auch im letzten Wochenende gab es wirklich extrem torreiche Spiele. Und somit Heidenheim Tabellen siebter. Zwei Punkte hinter Schalke und Hamburg. Sprich auch nicht ganz so weit weg aus dem Aufstiegskampf. Aber es sind immer dann noch schon acht Punkte. Und die in 27 Spielen aufzuholen ist schon schwer, möglich. Aber nochmal schwerer als eben nur sechs Punkte aufzuholen. Und ja, deswegen geht es aber trotzdem gegen Werder Bremen natürlich darum, dem Bremern wehzutun. Und Bremen vielleicht auch Punkte wegzunehmen. Werder die letzten Spiele ungeschlagen. Es gab natürlich das Remis gegen Ingolstadt, wo schon wieder bei einigen die Panik ausgebrochen ist. Wie man nur gegen so ein Team Unentschieden spielen kann. Da habe ich auch schon gesagt, ey yo, beruhigt euch. Ingolstadt ist einfach auch gut drauf gewesen. Guten Fußball unter Reben, den sie aktuell spielen. Deswegen nicht leicht zu bespielen. Dann gab es den Sieg im Derby letzte Woche, den Sieg gegen Dresden. Alles auch immer wieder relativ wackelig. Also nicht so, dass halt Werder jeden Gegner mit 3-0 platt macht. Das jetzt nicht. Aber sie holen einfach die drei Punkte. Pö a pö und pö a pö. Und deswegen aktuell Tabellenerster mit einem Punkt Forschung auf Darmstadt und St. Pauli. Das sieht schon wirklich gut aus. Ich glaube trotzdem, dass Werder nun mal wieder Punkte liegen lassen wird. Aber nur zwei und nicht drei. Am Ende gibt es auch hier ein Remis. Heidenheim Bremen 2 zu 2. Und jetzt nochmal kurz zum Sonntagmittag. Da haben wir zum einen Karlsruhe gegen Regensburg. Ein Duell im Tabellenmittelfeld. Neuntag gegen Zehnter. Karlsruhe 33 Punkte. Regensburg 32 Punkte. Bei beiden geht nach oben nicht mehr viel. Nach unten sollte auch nicht wirklich viel passieren. Sprich, es wird vielleicht etwas ruhiger. Trotzdem schätze ich Karlsruhe. Trotz der Pleite letzte Woche ging dann Pauli stärker ein. Und der KSC wird es machen. 2-0 gegen Jan Regensburg. Hannover gegen Nürnberg. Auch ein wirklich spannendes Duell. Der Klub ist wieder ganz gut drauf. Letzte Woche gab es einen wichtigen Sieg gegen den HSV. Deswegen aktuell Tabellenvierter. 42 Punkte. Gerade mal 5 Punkte weg vom Tabellenplatz 2 und 3. Das ist schon noch zu schaffen. Was natürlich Nürnberg komplett fehlt, ist die Konstanz. Wir haben auch so vielen. Eigentlich fehlt oben jedem die Konstanz. Also vielleicht Werder Bremen. Die aber dafür einen schlechteren Saisonstart hatten. Und deswegen ist Nürnberg weiterhin oben mit dabei. Und jetzt fährt man nach Hannover. Zu einem nicht so einfach zu spielen Gegner. Trotzdem 96. Letzten zwei, drei Pflichtspiele schon wieder eher enttäuschend gewesen. Letzte Woche gab es gegen, wie vorhin auch schon gesagt, gute Sandhausen-Spieler eine Pleite. Das kann mal passieren. Aber die Art und Weise dieses 3-1 war halt auch schon wirklich verdient. Und Hannover ist und bleibt im Abstiegskampf immer noch mit dabei. Das war mit 31 Punkten. Sprich 5 Punkte weg von Tabellenplatz 16. Aber es kann schon mal gefährlich werden. Und es wird auch noch mal enger. Weil Nürnberg holt den Sieg. Der Klub gewinnt in Hannover mit 1 zu 0. Und nun der Blick auf Ingolstadt gegen Schalke. Der FCI ist eigentlich schon so gut wie abgestiegen. 11 Punkte Rückschau auf der Meldplatz 16. Ist schon sehr, sehr viel. Da müsste ein Riesenfuß auf Wunder passieren, dass da noch irgendwas dazwischen kommt. Aber trotzdem der FCI unter Rehm schon verbessert. Auch spielerisch besser geworden. Meiner Meinung nach sind einfach noch mal unangenehmer geworden. Trotzdem gab es letzte Woche die 0-3-Pleite in Düsseldorf. Das war wieder so ein Spiel, wo relativ wenig zusammenlief. Es geht nun gegen Schalke. Und da weiß man nicht genau, in welche Richtung es jetzt geht. Dimitros Kramotzis ist Geschichte. Mike Büsgens übernimmt Interims, weil es noch nicht ganz sicher auf der Bank sitzen wird. Oder nicht aufgrund einer Corona-Infektion. Natürlich ist trotzdem auch die Frage, welchen Riesenimpuls wird Mike Büsgens als Wilker Kuh drin haben. Sicherlich wird da was passieren. Die Frage ist, reicht das, um wirklich nochmal im Aufstiegsrennen eine richtig gute Rolle zu spielen. 6 Punkte Abstand sind schon da. Das kann man auf jeden Fall noch aufholen. Ich glaube auf jeden Fall, dass Schalke kurzfristig schon Impuls haben wird. Ob es für einen Aufstieg am Ende reichen wird, ist die große Frage. In Ingolstadt für einen Sieg wird es auf jeden Fall reichen. Denn Schalke siegt in Ingolstadt. Und das mit 2 zu 1. Somit sind das meine neuen Predictions, meine neuen Tipps für diesen 2-Liga-Spieltag. Jetzt nochmal ganz kurz der Blick auf die Tabelle. Die würde so aussehen. Darmstadt würde Werder Bremen überholen. Die wären dann Zweiter. St. Pauli blieb auf Tabellenplatz 3. Nürnberg, Hamburg und Schalke würden durch ihre Siege ein paar Pünktchen gut machen auf St. Pauli und Werder Bremen. Ansonsten blieben Heidenheim, Paderborn, Karlsruhe und Regensburg im sicheren Mittelfeld. Da würden auch Düsseldorf, Rostock und Kiel einen Schritt hin machen. Oder besser Kiel einfach mit dabei bleiben. Aber auch trotzdem weiterhin die Sicht nach unten. Denn jetzt sehen wir mal, was von Tabellenplatz 10 bis Tabellenplatz 16 dann für einen Abstand wäre. Gerade mal 5 Punkte. Dann müsste sogar auf einmal nochmal Regensburg zittern, die in der Hinrunde um den Aufstieg gespielt haben. Das wäre schon krass. Sprich, Düsseldorf, Rostock würden guten Schritt tabellarisch unten raus machen. Punktemäßig noch nicht. Kiel, Hannover, Sataus noch mal etwas abrutschen. Und Dresden käme zumindest ein Punkt näher ran. Nicht mehr, nicht weniger. Aue und Ingolstadt blieben abgeschlagen auf Tabellenplatz 17 und 18. Das also meine Tipps für den 26. Spieltag. Schaut eure mal gerne in die Kommentare. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Macht es gut. Ciao und bleibt am Ball. Bis zum nächsten Mal.